Hallo und herzlich willkommen. Robert Nalla ist hier, Bewusstseinslehrer und Entwickler des Stille-Codes. Hast du dir schon einmal klargemacht, was ein wirklich zufriedenes, glückliches, erfülltes Leben tatsächlich ausmacht? Wahrscheinlich bist du auch schon draufgekommen, dass es natürlich nicht vorrangig die äußeren Erfolge und Annehmlichkeiten sind. Also das Geld, das Haus, das Auto, die Urlaubsreisen. Die machen zwar Spaß, das ist angenehm, aber wirklich entscheidend ist etwas anderes. Wirklich glücklich und erfüllt sind wir dann, wenn wir mit all dem, was wir in unserem Leben haben, mit all den Menschen, mit den Situationen wirklich bewusst und präsent sein können. Wenn wir ganz da sind, ganz lebendig. Wenn wir eben nicht in alten Gedanken oder Gefühlen gefangen sind, sondern in gutem Kontakt mit uns selbst. Wenn wir unserer selbst bewusst sind und auch unserem stillen Kern gegenüber offen und bewusst. Deine Präsenz im Hier und Jetzt und dein Kontakt mit dir selbst sind also ganz entscheidende Faktoren für deine Lebensqualität. Sie bestimmen dein Level an Glück und Zufriedenheit in diesem Leben. Deswegen habe ich den Stille-Code entwickelt. Ich wollte dir eine ganz klare, nachvollziehbare Formel an die Hand geben, wie du in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, in deinem Leben, in jeder Situation sofort präsenter, bewusster, stiller und lebendiger sein kannst. Der Stille-Code zeigt dir den direktesten Weg zu dir selbst und er erinnert dich in jeder Situation daran, was du jetzt tun kannst, um stiller, präsenter, bewusster, erfüllter zu sein. Ich freue mich dir, diesen Stille-Code jetzt in meinem neuen Online-Kurs präsentieren zu können. Und für diesen Online-Kurs kannst du dich unterhalb des Videos gleich anmelden. In meinem Online-Kurs zeige ich dir exakt die drei Schritte, die du tun kannst, um sofort stiller und präsenter zu sein. Du übst mit mir gemeinsam diese drei Schritte und spürst die sofortige Wirkung. Ich zeige dir, wie du mithilfe des Stille-Codes aus dem Hamsterrad der Gedanken aussteigen kannst. Ich zeige dir auch, wie du alte, hinderliche Gefühle Schritt für Schritt auflösen kannst. Ich zeige dir, wie du den Stille-Code zu einer neuen, freudigen Gewohnheit machen kannst, ihn in dein Leben integrieren kannst und damit dein Level an Erfülltheit wesentlich erhöhen kannst. Ich zeige dir aber auch, wie du den Stille-Code einsetzen kannst, um in besonders stressigen, herausfordernden Situationen innerlich umzusteigen und sofort mehr Stille, mehr Präsenz, mehr Erfüllung oder Glück zu erfahren. Bist du bereit für den Stille-Code? Du wirst ihn lieben, weil er so klar und so 100% alltagstauglich ist und keinerlei extra Übungszeit bedarf. Mach dir den Stille-Code also zum Geschenk und melde dich jetzt für diesen Online-Kurs an. Auch wenn du nur einen der drei Schritte regelmäßig praktizierst, wirst du wesentlich mehr Präsenz und Erfülltheit in deinem Leben erfahren. Und du wirst einen wesentlich besseren Kontakt zu dir selbst haben. Ich freue mich, dich im Online-Kurs zu sehen. Bis dann!